Die Sendung wird präsentiert von Swisslooks AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Sie sind hier in der Umgebung aufgewachsen, St. Gallen, also richtiges Heimspiel in relativ ärmlichem Verhältnis. Der Einwanderersohn, Vater, Sizilianer, Mutter, Spanierin. Was war das für ein Alltag? Das war hart. Das war hart. Das war hart. Ich wurde auch lange herumgereicht, wenn meine Eltern beide arbeiten mussten. Ich war auch in einer Pflegefamilie eine Weile lang. Das war schwierig für eine Verbindung mit den eigenen Eltern. Mir hat meine Pflegmutter später erzählt, dass ich mich am Freitagabend wieder versteckt musste. Ich musste zurück nach Hause. Ich war die ganze Woche bei dieser anderen Familie. Es war schwierig. Es war eine harte Zeit. Beide mussten arbeiten. In einer Familie, in der nicht so viele Mittel zuvor gestanden sind, wie hat man hier Weihnachten gefeiert? Das sind schöne Erinnerungen. Die ganze Familie ist hier. Eine riesige Familie. Ein riesiges Essen. Es sind richtige Gelagen. Die ich genossen habe. Wir durften auch Alkohol trinken. Das war immer spannend als Kind. Ich durfte auch Wein trinken. Oder Champagner. Das gab viel Rimm aus. Aber manchmal auch richtiger. Er hat einfach alles zusammengedreut, was die Familie hatten. Er hat einfach gekocht. Eher günstige Geschenke. Aber trotzdem hatte ich Freude. Das sind schöne Erinnerungen an Weihnachten. Der Vater ist gestorben, als sie 19 Jahre alt waren. Die Mutter hat, glaube ich, keine Witwer-Renten bekommen. Und ... Ihr mussten hier trotzdem jeden Abend umdrehen. Ja, das war eine hammerharte Zeit. Also ... Man wollte auch nicht alle Rechnungen zahlen. Die Krankenkasse vom Krankenhaus. Und wir hatten Schulden gehabt. Auch für die Bärtigung müssen. Irgendwie Geld zusammenkratzen. Also das war eine harte Zeit. Und meine Mutter und mein Vater sind nicht verheiratet. Aus komplizierten Umständen müssen wir ins Detail gehen. Aber darum hat sie keine Weiter-Renten bekommen. Und sie war eine Putzfrau. Also sie hatte eh einfach kein Geld. Und ich musste dann arbeiten. Und ein bisschen mithelfen. Es war eine sehr mühsame Situation. Und meine Geschwisterten waren hier klein. Wir hatten sieben bis zehn Jahre Abstand. Und die waren ganz klein. Und ja, das war für uns alle eine wirklich schwierige Zeit. Ja. Wie hat sie denn das prägt auch später? Also wir sind so klein gestiegen über die linken Geschichten, Marxismus und so weiter. Hat das eine Rolle gespielt? Ja, natürlich. Weil das Verführerische am Marxismus bietet eine Erklärung, eine einfache Erklärung für deine Misere. Also weil die Reichen reich sind, geht es dir schlecht. Die Kapitalisten-Sekte dort oben sind verantwortlich für deine Misere. Oder? Und das ist natürlich eine geniale Erlösungsgeschichte eigentlich. Ich kann dann sagen, ja gut, wenn die Kapitalisten bekämpft werden, geht es mir besser. Und auch der Sozialismus funktioniert so letzten Endes. Also es ist eine Art Erklärungsmodell für dein gescheiterter Leben. Ich glaube, der wäre nicht erfolgreich im Marxismus, wenn es den Leuten gut gäbe. Also es wenden sich immer an die Leute, denen es nicht so gut geht oder die das Gefühl haben, die Gesellschaft schuldet ihnen etwas. Und das ist die Schulden. So, oder? Wie sehr hat sich denn das ausgewirkt jetzt in Ihrem Alltag? Mit wem Sie Umgang hatten? Wie Sie sich für was eingesetzt haben, ganz praktisch? Also vor allem intellektuelle, linksautonome intellektuelle Szene, bin ich verkehrt. Also bei uns in der Kalle wäre das der Engel. Restaurant Engel ist ganz bekannt. Schwarzer Engel. Das ist Eye Location. Und ich habe dort auch meine Sachen geschrieben. Also ich habe mich wohl gefühlt in dieser Szene. Man hat viel getrunken, geraucht, gekifft, alles. Das war eine coole Zeit. Aber gedanklich oder weltanschaulich ist es doch sehr eng fixiert auf die Klassenkampfidee. Also Gesellschaft ist eigentlich böse, korrupt. Und die Reichen, die Mächtigen beherrschen alles. Und du musst doch kämpfen, dass du zu deinem Recht kommst. Ich finde Karl Marx, wenn man ihn liest, weil er war ein sehr gescheiter Mann, der war ein Ökonom, der hat natürlich genau analysiert. Und ich finde, seine Analyse ist korrekt. Er sagt Richtungszeuge über seine Zeit. Die Industrialisierung hat viele Menschen ausgebietet. Unter grauhaften Bedingungen zum Teil. Aber die Lösung ist falsch. Die Analyse ist richtig. Also die Diagnose vom Arzt stimmt. Aber die Therapie ist schlimmer als die Krankheit. Weil Therapie ist der Kampf gegen Menschen, die Geld haben. Und da gibt es auch Gegenkampf wieder. Im Prinzip ist es eine Art Gewaltspirale, die in Gang gesetzt wird. Und darum frisst die Revolution alle ihre Kinder am Schluss. Weil die Gewaltspirale hört nicht auf, wenn andere Leute in der Macht sind. Die fängt dort wieder an und frisst nachher alles auf. Also das Problem ist Gewalt, oder? Das Problem ist nicht einmal die Weltanschauung, sondern Gewalt. Wenn ich sage, der reiche Mensch, der gehört weg, oder? Und erst wenn der weg ist, geht es mir gut. Eben, wenn wir nochmal an das Zitat vom Anfang zurückdenken. Irgendwann frage ich mich, wie wird denn so jemand, der so unterwegs ist, wie Sie das waren, zum katholischen Christ? Ja, ich stunde selber. Ja. Ja. Es ist absurd. Im Grunde genommen. Ich hatte einen guten Freund, der ist ... Also absurd würden Sie sogar sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn einer das in einem Roman schreiben würde, würden alle sagen, im Kapitel 3, unwahrscheinliche Wandlung. Ist gar nicht möglich, oder? Es leuchtet nicht ein. Aber ich versuche es zu erklären. Es gibt viele Sachen, die dazu geführt haben. Viele auch geheimnisvolle, wahrscheinlich irgendwie. Aber eines der entscheidenden Punkte ist für mich, ein guter Freund von mir, ein Philosoph, den ich immer geschätzt habe, als hochintelligenter Mensch. Heute haben wir einen guten Kontakt. Du hast auch mit dem philosophischen Berater im Hintergrund immer. Der sagt zu mir plötzlich, du lese mal Ratzinger. Mhm. Josef Ratzinger, du warst noch nicht Papst, oder? Dann habe ich mir gedacht, wieso lese der Ratzinger? Der ist doch intelligent. Okay, jetzt sind wir wieder weg. Ja, und der geht in die Kirche. Jeden Sonntag. Wieso macht der das? Das hat mich irgendwie irritiert, dass er einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, in die Kirche geht und Ratzinger liest. Das ist irgendwie... Und dann habe ich angefangen, Ratzinger zu lesen. Heimlich. In der Bade und auch in der Sauna. Da habe ich das Deckel abgedeckt, dass man ihn nicht sieht. Die Sauna ist wirklich erstaunlich, was Sie sagen. Und das Interessante ist, ich lese das und beim Lesen denke ich, das ist gar nicht so schlecht. Das war eine schreckliche Erfahrung zuerst. Das ist ja unfassbar. Haben Sie noch etwas speziell rausgenommen, wo Sie sagen, das hat mich richtig fasziniert? Ja, es war ein Interviewband. Peter Seewald vom Spiegel, der Spiegel-Redaktor, der mit Josef Ratzinger spricht. Salz der Erde heisst das Buch. Und dann habe ich gelesen, und dann gibt es eine Passage über Macht in der Kirche. Frauenordination und so weiter. Und der Journalist fragt, wieso können nur Männer Priester werden und so weiter. Und wieso kein Kondom und all diese Sachen. Und dann sagt der Ratzinger als Antwort, es gibt eine Ideologie auf der Welt, wo alle zwischenmenschliche Beziehungen und Beziehungen zwischen Institutionen und Menschen auf Machtfragen reduziert. Alles ist eine Frage der Macht. Auch wie wir jetzt miteinander reden, ist nur die Frage, wer dominiert diese Gespräche. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht nicht um die Liebe, es geht nur um das, wer dominiert. Wenn man diese Ideologie auf die Kirche anwendet, dann ist die Frau machtlos und der Mann mächtig. Und dann ist der Priester mächtig und der Laie ist ohnmächtig usw. Jetzt ist die Frage, ist das die richtige Brille, um das Christentum zu lesen? Und dann beginnt ihr auch über das Christentum zu sprechen. Die Brille des Christentums ist Liebe, Dienst aneinander. Und das kollidiert total mit dem Zeitgast. Da geht es nur um Macht. Und die Antwort hat mich so fasziniert, dass ich dachte, mein Gott, das ist viel besser als das, was in der Zeitung lest. Und dann habe ich angefangen, mehr zu lesen von diesem Mann und anderen Theologen kennengelernt, die alle katholisch waren. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst nicht dumm sein, um katholisch zu sein. Und dann wurde ich langsam intellektuell reingezogen in die christliche Tradition von Thomas von Aquin, Augustinus und all diese Klassiker. Dann habe ich angefangen, immer mehr zu lesen, auch philosophische Texte. Plötzlich habe ich gemerkt, die Schriften, die ich vorgelesen habe, das Hartere und Habermas, die ich sehr schätze, also atheistische Philosophie, die haben einen blinden Fleck. Dort geht es nie um Liebe, es geht nie um zwischenmenschliche Hingabe, es geht um die Sachen, die es im Christentum geht. Das ist interessant danach, wenn man die berufliche Seite anschaut, als Verkäufer, Journalist, dann Schreiber, aber auch Peerberater, Kommunikationsleiter einer Privatbank. Also recht viele abwechselnde Sachen, immer wieder neue Herausforderungen. Und dann von dieser Privatbank 2008 Leiter Kommunikation vom Bistum Basel. Jetzt sind sie vom Bistum Chur und dort waren sie vom Bistum Basel. Was hat sie gereizt, von der Privatbank zu gehen? Ich habe gehört, dass da jemand gesucht wird für das Bistum Basel. Und ich fand, das ist faszinierend. Wieso nicht? Das ist spannend. Krisenauffällige Branchen, sozusagen Kirche. Wenn ich schon Ratzinger gelesen habe, habe ich das auch noch. Ja, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Bis heute eigentlich, bis zum Wechsel zum Bistum Chur, muss ich sagen, es war kein Tag praktisch wie der andere. Es hat immer irgendwie Feuer im Dach. Und ich bin ein Mensch, der einfach das braucht. Ich brauche diese Spannung. Sowohl wenn ich schreibe als Autor, habe ich gerne die dramatische Situation, die spannende, als auch in der PR-Branche. Es ist viel spannender, in die Arena zu gehen und versuchen für einen Bischof, der konservativ ist, die Meinung durchzugeben, als in einer Sitzung hocken, sechs Stunden lang, wo man auch unter dem Telefon nicht zehn Minuten erledigen könnte. Die Sitzungen nehmen ja inzwischen Raum in. Das ist ja unerträglich. Ich leide in den Sitzungen mehr als in der Arena. Ich kann das so gut verstehen. Und dann ist es natürlich für mich nachvollziehbar, der Schritt 2011 zum Bistum Chur, wo eben, wie Sie gesagt haben, eher in der öffentlichen Meinung als konservativ wahrgenommen wird. Stört Sie das eigentlich, dass man so Etiketten verteilt? Sie, die sehr stark für Meinungsfreiheit auf allen Ebenen stehen. Ja, es stört mich im Fussball. Im Fussball sagt man, wenn der Spieler, der den Ball wegnehmen will, auf den Mann geht, also auf den Fuss, dann ist es faul. Wenn er auf den Ball geht und man sieht es in der Zeitlupe, der wollte den Ball, der wollte nicht den Fuss treffen, dann ist es kein faul. Also ein sauberes Tackling, auf den Ball. Und bei der Diskussion ist es genau gleich. Der Ball ist das Argument und der Mann ist der Mann. Und man geht auf den Mann. Die Etikette geht an den Mann, oder? Niemand sagt, das ist eine faschistische Meinung aus dem und dem Grund. Sondern du bist ein Faschist, wenn du das sagst, oder? Und ich finde, das zerstört den demokratischen Diskurs am Ende, weil niemand traut sich mehr zu reden, oder? Oder sagen wir mal, sie reden dann schon, aber sie sagen nicht mehr, was sie wirklich denken, oder? Und wenn der ausgeschaltet wird, indem jeder, der eine schlechte Idee oder eine falsche Idee äussert, gerade abqualifiziert wird als ein böse Mensch oder als ein falscher Mensch, dann werden wir eine Angststimmung verbreiten und dann trauen sich die Leute nicht mehr zu reden, oder? Das ist das, was sie antreibt in so Tätigkeiten unter anderem, oder? Dann kommen sie nie in Konflikte, dass sie sagen, jetzt muss ich etwas vertreten, das ich selber ganz anders sehe. Nein, weil es ist nicht wichtig, ob ich das auch finde, sondern wichtig ist, dass die Meinung oder die Sicht auf die Welt ein Recht hat, gehört zu werden, damit die Leute, die das hören können, sich überlegen, wo stehe ich? Ich gehe davon aus, von einer radikalen Ergänzungsbedürftigkeit. Eine radikale Ergänzungsbedürftigkeit. Ich bin ergänzungsbedürftig. Jeder Mensch muss Sachen hören, die ihn ergänzen, die nachher abstossen oder annehmen. Und wenn dieser Prozess unterbrochen wird, durch irgendeine Konsenssauce, wo einfach Ketchup darüber gegessen wird und kein Mensch gehört mehr einen klaren Widerspruch, dann ist das eine Verarmung vom geistigen Leben und somit von der Demokratie. Da bin ich überzeugt. Und die Angst, die darf man nicht unterschätzen. Ich bin jetzt ein Typ, der wenig Angst hat. Aber ich kenne viele Menschen, die nicht trauen. Die sagen mir unter vier Augen, ich bin super, mach weiter so, schreib weiter deine Kolumnen im Blick. Aber sie selber würden nie einen Lesenbrief schreiben, nie irgendetwas sagen, sogar wenn sie es könnten. Und das ist bedenklich, finde ich, in einer freien Gesellschaft. Sie sind sehr konsequent in dem. Und das finde ich auch faszinierend von aussen, das Einstehen wirklich, dass Menschen ihre Meinung sagen dürfen, auch wenn sie noch so kontrovers ist. Das ist so ein bisschen der Voltaire, der gesagt hat, auch wenn du, wie heisst das Originalzitat? Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich kämpfe für Ihr Recht, sie zu sagen. Genau. Das geht so ein bisschen die Richtung auch in Ihrem Büchchen, das Therapeutische Kalifat. Sie haben gedacht, was soll der Titel, oder? Und nachher, wenn man es liest, geht es wirklich genau um die Aspekte der Meinungsfreiheit. Also, dort wollten Sie das, was Sie jetzt ein bisschen geschildert haben, auch einen Dialog fördern ein Stück weit. Ja, unbedingt. Lernen, für etwas einzustehen, aber auch tolerieren, dass jemand völlig anderer Meinung ist. Unbedingt. Weil ich gehe davon aus, dass der Diskurs ein Entwicklungsbeschleuniger ist für eine Gesellschaft. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand die Wahrheit hat. Sondern, dass wir alle miteinander uns spiegeln und wieder in Frage stellen, damit wir weiterkommen, damit wir uns entwickeln können. Und darum ist die Freiheit vom Diskurs viel wichtiger als einzelne Meinungen, die vielleicht jetzt wirklich da voneinander sind, oder? Wo ist denn zum Beispiel bei allem, wo man sicher das möchte mitfördern, so etwas wie eine Meinungsfreiheit auf allen Ebenen? Gibt es bei Ihnen auch eine Schmerzgrenze? Ja. Also einen Punkt, wo Sie sagen, nein, das nicht mehr. Ja, dort, wo das Gesetz brauchen wird. Also ein Aufruf zur Gewalt. Das Gesetz ist eigentlich sehr klug in der Schweiz, oder? Ja. Aufruf zur Gewalt und ehrverletzende Aussagen. Das sind die zwei Sachen, oder? Also es sind auch immer am Schreiben, oder? Verschiedene Romanen, wo Sie geschrieben haben, zum ersten Mal jetzt eine über das Christentum, das neue Buch, der letzte Feind. Da geht es um so rätselhafte Morde im Vatikan, beim dritten Vatikanischen Konzil. Also in naher Zukunft, kann man sagen, was ist eigentlich der tiefe Sinn hinter dieser Story? Also es geht um einen Kampf, einen geistigen, geistlichen Kampf sogar auch, zwischen den Kräften, globalen Kräften, die eine Gesellschaft bauen ohne Christentum oder überhaupt ohne Religion. Eine Gesellschaft, die eine multikulturelle Wohlfühloase sozusagen, eine globale. Wie ein Turmbau zu Babel. Digitalisiert, globalisiert, alle sind happy, alle haben das neuste Handy, alle haben eine tolle Wohnung und eine tolle Freundin usw. Und meine Frage in diesem Roman ist eigentlich, funktioniert das? Kann ich eine gesellschaft, eine multikulturelle Wohlfühlgesellschaft bauen ohne Religion, ohne die Hoffnung an einen Gott, ohne die Idee, dass es etwas Grösseres gibt als die Zeit, in der wir jetzt sind? Und das ist die Grundfrage, oder? Und natürlich, die Katholische Kirche im Roman stemmt sich, ist aber auch gespalten. Also da gibt es auch Kräfte, die das auflösen wollen, genauso wie in der Gesellschaft selber. Und dann gibt es natürlich die Traditionalisten, die sagen, nein, Moment mal schnell, wir müssen festhalten, der Mensch kann nicht leben und die Gesellschaft kann nicht gesund bleiben und warm, vor allem menschlich bleiben, ohne den Glauben an Jesus Christus, ganz konkret ohne die Liebe Gottes, oder? Weil der Mensch sich selber aus den Augen verliert, oder? Und diese zwei Positionen prallen in dem Roman aufeinander und kämpfen um die Vormachtstellung auch hinter der politischen Bühne und so. Und das hat mich gereizt, ein Roman, der spannend ist, die eine Liebesgeschichte ist, die Mord vorkommt, die so eine Krimi-Struktur hat, gleichzeitig aber auch die tiefe Frage behandeln kann. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal den Namen der Rose von Umberto Eco hat mich das fasziniert, wie der das fertiggebracht hat, eine Art Krimi und einen Bildungsroman zu verheiraten, oder? Ich finde es eben interessant, weil jetzt gehen wir auf Weihnachten zu und ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, ich tue das gar nicht wert, ich tue es nur beschreiben, die sagen, ja, wir sind auch für eine humane Gesellschaft, wir sind für menschliche Werte, die man gerade an Weihnachten vielleicht neu entdeckt, über Ritual, aber die Geschichte mit Gott ist mir irgendwie gleich noch ein bisschen Suspekt. Und die gleichen Leute, die sagen, die zehn Gebote sind sehr vernünftig, aber braucht es dann den Überbau von Gott auch noch. Also, Humanismus würde ja nicht einfach gelangen, einen guten Umgang miteinander. Ja, das ist ein sehr beliebtes Argument und da ist ein wenig Geschichte zu vergessen, weil die Frage ist natürlich, woher kommt, woher kommen Menschenrechte zum Beispiel, woher kommen, Menschenrechte sind ja wie das Fundament unserer Werte, die wir haben. und woher kommen die? Die kommen aus der Aufklärung, oder? Aber woher kommt die Aufklärung? Woher kommt die Idee von der Aufklärung? Und wenn man dem geistig geschichtlich nachgeht, und den habe ich gemacht über Jahre jetzt, dann kommt er aus dem Christentum. Also, der Humanismus in dem Sinn gäbe es gerne nicht ohne Christentum. Der gäbe es gerne nicht. Es gäbe keinen Humanismus. Und der Beweis für diese These, es gibt ein Buch, Larry Zidentop, die Erfindung des Individuums, heisst das Buch, dick geschunken, er ist ein Spezialist für die Frage, woher kommen die Ideen, oder? Geistesgeschichtlich. Und interessant ist eben bei der Idee von Menschenrechten oder bei der Idee eigentlich konkret, dass jeder Mensch würdig ist, in sich selber, ohne Aussenleistung, ohne Aussenattribute, einfach in sich. Und zwar jeder Mensch, auch Frauen, auch Kinder, auch ungeborene Kinder sogar. Die Idee ist in der Antike komplett undenkbar. Völlig absurde Idee. Da kommt mit dem Christentum wie ausserredesches Raumschiff da rein. Und er entfaltet sich dann über die Jahrhunderte. Und heute, wenn man heute die Landkarte der Welt aufmacht, dann schauen wir alle Gebiete an, wo das Christentum nie eine Rolle gespielt hat, wesentlich, oder? Also der grosse asiatische Raum, der grosse islamische Raum, der grosse Teil von Afrika. Schauen wir den Raum mal an, oder? Und genau dort sind Menschenrechte bis heute nicht akzeptiert. Und auch Indien nicht. Da ist kein Zufall. Also von dem her kann man nur die Landkarte heute anschauen und sagen, genau dort, wo das Christentum eine Rolle gespielt hat, gibt es Menschenrechte. Zufall? Ich glaube nicht. Es hat das Christentum gebraucht. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir es abschneiden, oder? Ja, was passiert? Ich glaube, es wird sehr kalt werden. Von der Art her, also Leistung optimieren, den Menschen optimieren, alles immer intensiver, schneller machen. Also ich bin da, wo ich leiste, wo ich einen Output habe. Und wenn ich kaputt bin, zum Beispiel, wenn ich alt und krank bin, dann nehme ich Exit, weil die Maschine ist kaputt. Ich sage es jetzt ganz zugespitzt und brutal, oder? Aber das Selbstverständnis von vielen Menschen, sowohl sind sie so erzogen worden, als auch sonst, ist, ich bin da, wo ich im Alltag bringen kann. Das macht die Beziehung kalt. Am Ende. Weil dann ist ja der Mensch, der mir gegenüber sitzt, nur etwas wert, wenn ich etwas bringe, und er mir etwas bringt. Dass der aber einfach als solches einen Wert hat, sogar wenn er schläft, oder im Koma ist, das verschwindet immer mehr vom Horizont. Dass wir mehr Abtreibungen haben und mehr Selbsttötungen durch Exit, mehr Depressionen. Wir haben ein Chefarzt einer Klinik gesagt, die Leute werden zwar immer älter, aber in der psychiatrische Klinik werden die Patienten immer jünger. Immer jünger, oder? Das ist für mich ein Hinweis, dass etwas mit unserer Gesellschaft nicht mehr stimmt. Dass da eine gewisse soziale Kälte ist. Ich vermute, das hat zu tun, dass wir uns zu fest beschäftigen mit der Optimierung. Mit Sachen, die wir ständig wie ein Hamster anzickeln. Niemand hat mehr wirklich Zeit. Und völlig unter die Räder kommt die Seele, kommt die Spiritualität. Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist unsere Gefahr, oder? Als Sie jetzt bei der Spiritualität gelandet sind, was bedeutet Ihnen persönlich deine Weihnachten? Gott wird Mensch. Und das ist das Grösste, was je passiert ist, oder? Haben mich diese Geschichte ein wenig verkitscht? Ja, natürlich. Es ist fürchterlich gekitscht, ja. Aber die eigentliche Botschaft ist ja nicht da, sondern der Schöpfer vom Universum macht sich so klein, dass er mit dir reden kann, um dir zu sagen, hey, du bist viel mehr als der ganze Zirkus da rundherum. Du bist würdiger. Versuch dich so zu verhalten, versuch zu wachsen. Gehe über dich hinaus, oder? Und dann wird Grosses passieren. Das ist Botschaft. Doch nicht die komischen Lieder, die mit dem Glühwein und so. Wie leben Sie selber Glauben? Also, wie gestalten Sie Ihre Spiritualität im Alltag? Das ist bei mir ein Schlachtfeld. Das ist schlimm. Ich will immer mehr Zeit fürs Gebet, mehr Ruhe, komme aber nicht wirklich in Ruhe, weil ich selber auch ein Opfer bin von der Optimierung, die ich da immer anspreche. Darum beschäftigt mich das. Aber mein geistlicher Begleiter hat mich einmal getrösten. Er hat gesagt, du bist sowieso online mit Gott, wenn du dich öffnest, für die Möglichkeiten, die nicht von dir, von deinem kleinen Ego kommen. Sondern wenn der Herrgott, wenn du zulässt, dass der Heilige Geist einen Raum einnimmt bei dir. Und das merke ich manchmal tatsächlich. Ich merke das in den Beziehungen. Ich merke das in der Arbeit, wenn ich irgendwo auftritt oder so. Dass das nicht einfach nur vom kleinen Ego vorbereitet irgendetwas ist. Und das tröstet mich manchmal, dass ich nicht Angst haben muss, dass ich zu wenig Kontakt habe. Aber trotzdem bleibt das. Ich hätte gerne mehr Ruhe. Ich hätte gerne mehr Zeit für die Ruhe. Und zum Spüren auch wirklich Gegenwart Gottes. Das ist bei mir so ein bisschen ... Ich bin innerlich etwas trocken, manchmal. Und das nervt mich. Aber offensichtlich gehört das dazu. In vielen Biografien habe ich gelesen, gibt es diese Phasen. Ihr persönliche Glauben. Ist der nie erschüttert worden? Sie haben ja eben auch nicht leichte Sachen erlebt, 2007 zum Beispiel, als sich Ihr Bruder umgebracht hat. Ist der nie die Frage gewesen, ja, was ist jetzt eigentlich mit Gott? Was spielt denn der jetzt für eine Rolle? Ja, sicher. So. Ja, ja. Der Zweifel ist nicht wegzukriegen. Auch in schwierigen Situationen sonst. Und das, was mit Ihrem Bruder ist, war eine grosse Tragödie für uns alle. Auch ein riesen Schock und viel Schuldgefühl hinterlassen. Auch bei mir. Da war ich zu wenig da und dabei zu wenig da. Aber da hat mir mein geistlicher Begleiter gesagt, weisst du, der Trost ist der, es ist immer zu wenig. Und du bist immer zu spät. Und auch bei dir wird jemand vielleicht einmal sagen, ich hatte zu wenig Zeit für ihn. Weil wirklich Genügen kann nur Jesus, oder? Kein Mensch kann einem anderen wirklich genügen. Darum ist das richtig, wenn du das Gefühl hast, du bist zu wenig gewesen. Du bist zu wenig gewesen. Aber jeder Mensch ist zu wenig. Und da hat mir mehr geholfen, als irgendein frommer Spruch mir jetzt geholfen hätte. Quasi, ja, weisst du, dann kommt alles wieder gut und Zeit heilt die Wunden und bla bla. Darum, also ich glaube, der Zweifel gehört wesentlich zum Glauben. Und, äh, Zweifellosigkeit ist etwas Negatives für den Menschen, glaube ich. Weihnachten 2020. Was kommt Ihnen da noch in Sinn zum Schluss dieser Sendung? Ich wünsche mir sehr, dass die Seele des Menschen und die Spiritualität des Menschen wieder wachsen in der Gesellschaft. Dass wir merken, wir sind mehr wert, als das ganze Hamsterradgetriebe, das wir durch die Wirtschaft reingedrückt werden. Ich meine, die Digitalisierung und die Optimierung beschleunigen uns, wie verrückt, oder? Und ich hoffe, dass wir ab und zu sagen können, nein, jetzt ist einmal eine Ruhepause, jetzt gehen wir einmal in uns hineinlassen und miteinander reden, wirklich reden miteinander. Ich glaube, das würde viel helfen, dem ganzen Druck. Giuseppe Grazia, danke vielmals für das Gespräch, auch für ganz viele Anregungen, die ich jetzt mitnehme. Danke vielmals für die Einladung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie schreiben, ERF-Medienfenster zum Sonntag, 83.30 Uhr in Pfeffiken, oder ein E-Mail an tv-at-erf.ch. Danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.